Was ist jetzt los? Was ist das denn da? Was ist, ey? Hallo? Nein, das ist okay. Let's go! Danke Raul, sehr nett. Let's go! Let's go! Dieses Spiel liegt für schwache Nerven, oder? Dieses Spiel hängt von der Akustik der Schneewelle an, manchmal der Rechtsanfänger wird dringend empfohlen, mit Kopfball zu spielen. Das Spiel ist in der Alpha-Phase, und viele Dinge können sich noch ändern, und einige Probleme können auftreten. Come on, abfatterna! Den will ich das faszinieren. Goofy amusik, oder? Alte 4 pro Tag, shut the fuck up, oder? Was ist das, Allah? Was ist das, Allah? Was ist das, Allah? Das Spiel heißt Ali. Geil. Ja, das ist ganz geil, ja? Oder so schwarz die mit, äh, Milch und Honig. Milch, mit Milch und Zucker, ist auch geil. Oh, nur was ist das, Allah? Wo ist das Taschenlampe? Wo ist das Taschenlampe, Allah? Was ist das, Allah? Was ist das, Allah? Was ist das, Allah? Was ist das, Allah? Was ist das? Stopp! Oh, shit! No way, Allah! Was ist das? Boah, ich hab grad ein herzlicher Willkommen, Allah. Immerweils! Genau ins Gesicht! Ah, was ist das? Was soll jetzt das? Ja, warte, psst! Ihr Spiel hängt von Akutisch niemals am... Wo? Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Was, Bruder? Bitte, nein, ich erzähl... Blitzteregelder... Größer. Da ist niemand. Da ist niemand. Da, estet estet Unают nach fünf Vf졌, Pangàoan, Wartelz Mach Licht an. Du,混z, Geh! uwvvw Jetzt geh weg! Und der hab ich nochmal... Daher hab ich nochmal... NaOK. Oh no. Du musst aufziehen. Zieh auf die Hütte! Wenn der mich nochmal... Okay, passt. Warte. Schau mal rein. Schau mal rein. Mom in. Hat der gar nichts verändert? Nein, nein, nicht. Was ist hier los, Alter? Mahlzeit, ne? Fastfood-Imbiss. Jo ist auch beschäftigt. Der stimmt allerdings. Aber er ist ein Ehrenmann. Fing 4 ist halt Fing 4. Was ist hier los? Was ist hier los? Joshi kommt zurück. Moment, da hin. Joshi. Joshi. Er ist noch unter Tierschutz. Deswegen fehlen keine Videos mehr. Keine Ahnung. Muss ich selber fragen. Totenschädel und gekreuzte Knochen. Aber welches beste Ersatz? Der Ersatz. Muss wegen 4 Jahren gehen. Mach's gut, Schemi, oder? Servus. 187 Coins umzusammeln. 187, let's go. 187 überall. Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. Das ist schon mal kurz da. Da warst du dich da, glaub ich. Der Banhammer hebt sich. Wie viel öle ist dein Jungs? Was ist bei euch falsch gelaufen? Was ist bei euch falsch gelaufen? Was ist bei euch falsch gelaufen? Ich glaub zu viel. Der Banhammer hebt sich. Fast weniger. Ich tome ihn aus mit meinen Fantasien. Dabei ist die einzige Frage, wer? Wer hat gefragt? Ich hab genau ein liveiges Film letztes Mal auf. Und jetzt auf einmal wirklich 1. Bro, was ist hier los, man? Geh doch rein, du da. Gut, es gelingt noch. Den Rest steck ich dir später noch. Oh. Moment, eine Diskette. Schauen wir uns mal kurz mit Filmen an. Ah, so sieht Freddy in der Wahrheit aus. Hallo Freddy, hallo. Und Tag, wie geht's euch? Hm? Ich komme in Frieden. Ich tue euch doch nichts, alle, ihr Spasten. Was ist das? Ich will das. Ok, feed. Ok, friss friss friss. Kühl in den Mund. Fries friss friss. Friss friss friss. Oh Scheißgatte friss. Friss friss friss. Friss friss. Friss friss. Friss weiter, Alter. Friss weiter friss weiter. Friss weiter. Friss weiter. Noo, jetzt hat die Katze umgebracht, oder? Noo, jetzt hat die Katze umgebracht, oder? Jetzt hat die Katze umgebracht, oder? Jetzt hat die Katze umgebracht, oder? Dann muss ich überpissen. Tschüss! Bye-bye! Schönen Woche noch, ne? Servus! Noo, jetzt hat die Katze umgebracht, oder? Tschüss! Das ist Piggy Promise, oder? Max Puls gerade bei über 100 Come left to me! Er hat sicher nicht danach gestern. Where are you? Where are you? Noo, jetzt hat die Katze umgebracht, oder? Was ist los? Och noo! Och hell noo! Ich hab aufgehört, Alar! Nein! Nein, don't buy anything for you! Nein, nein! Nein! Ahhhh! Ich hab jetzt geschafft, oder auch nichts, Bro! Timberman! Machst du genau schon mal auf mich? Nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Und das Discord-Bild des Monats ist von Mochi. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und schau.